Weitze! Ja? Willst du mir irgendwas nicht teilen? Ich glaube, wir wollen alle herzlich einladen. Zu was will mir heute die Leute eh lohnen eigentlich. Haben wir wieder was vor? Ich glaub mal! So wie letztes Jahr! Was haben wir letztes Jahr noch eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr so genau, es war ziemlich awesome. Weißt du, wie ich gefühlt hab? Juhu! Weitze, du bist eh da! Am... 30. Juli. Juli. 2016. 2016. Bei mir am Spergerhof. Bei dir am Spergerhof. Dann mal wieder... Jamin! Ob das am 30. Juli irgendwo anders auch so geil sein wird? I doubt it! Ich check's grad selber nicht mehr!